Meine Lieblings-Community im Bereich der Bildung ist die Google Plus Community Digitale Bildung. Diese hat zurzeit 2.528 Mitglieder und es finden sich immer wieder sehr interessante aktuelle Beiträge in dieser Community. Die Community wurde von Martin Lindner, den ich sehr schätze, gegründet. In einem ausführlichen Exposé beschreibt er seine Philosophie von Netzbildung. Die Community bietet viele Möglichkeiten, sich mit den zahlreichen Mitgliedern auszutauschen und zu vernetzen. Ich habe oft das Gefühl, dass die Vernetzung auf Google Plus bzw. auch die Qualität der Beiträge besser ist als auf Facebook. Die Community bietet viele Möglichkeiten, sich mit den zahlreichen Mitgliedern auszutauschen und zahlreichen Mitgliedern auszutauschen. Die Community bietet viele Möglichkeiten, sich mit den zahlreichen Mitgliedern auszutauschen und zu vernetzen.